Beim FC Red Bull Salzburg steht ein Jubiläum vor der Tür 997 Treffer haben die Bullen, bislang seit dem Einstieg des Getränkekonzerns, beginnend mit der Saison 2005-06 in der österreichischen Bundesliga erzielt. Das heißt, dass der 1.000er, bald fällig ist, vielleicht schon am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Hartberg, 17 Uhr im Live-DK. Diverse klingende Namen haben sich in den vergangenen rund 13 Jahren in die Salzburger Schützenliste eingetragen, wer am öftesten jubeln durfte, ist nicht allzu schwer zu erraten, nämlich Jonathan Soriano. Dass sich mit Marc Janko, Ellen und Alexander Zickler weitere Top-Goalgetter auf den vordersten Rängen der klubinternen Schützenliste wiederfinden, überrascht vermutlich ebenso wenig. Typico Sportwetten, jetzt 100 Euro Neukundenbonus sichern In der folgenden Diashow präsentieren wir in einem Ranking alle Salzburg-Kicker, die es auf eine zweistellige Anzahl an Bundesligatoren für die Mozartstädter in der Red Bull-Ära gebracht haben. 997 erzielte der FC Red Bull Salzburg bislang in der Bundesliga seit dem Einstieg des Getränkeherstellers, beginnend mit der Saison 2005-06. Folgende Diashow präsentiert in einem Ranking jene Spieler, die es auf eine zweistellige Tore-Ausbeute brachten, Bild 1 von 28, Urheberrecht GEPR 1. J-O-N-A-T-R-N-Soriano 1-2-0, Tore-Bild 2 von 28, Urheberrecht GEPR 2. Marc Janko 7-5, Tore-Bild 3 von 28, Urheberrecht GEPR 3. Ellen 5-9, Tore-Bild 4 von 28, Urheberrecht GEPR 4. Alexander Z-I-C-K-L-E-R 5-6, Tore-Bild 5 von 28, Urheberrecht GEPR 5. Sadio M-A-N-E 3-1, Tore-Bild 6 von 28, Urheberrecht GEPR 5. Wallon-Berisch A-3-1, Tore-Bild 7 von 28, Urheberrecht GEPR 5. Takumi M-I-N-A-M-I-N-O 3-1, Tore-Bild 8 von 28, Urheberrecht GEPR 8. M-U-N-A-S-D-A-B-B-U-R 2-8, Tore-Bild 9 von 28, Urheberrecht GEPR 9. Roman Wallner 2-6, Tore-Bild 10 von 28, Urheberrecht GEPR 10. Patrick Jelsäck 2-1, Tore-Bild 11 von 28, Urheberrecht GEPR 11. René Aufhauser 2-0, Tore-Bild 12 von 28, Urheberrecht GEPR 11. Der Jakob J-A-N-T-S-C-H-E-R 2-0, Tore-Bild 13 von 28, Urheberrecht GEPR 13. Marcel Sabitzer 1-9, Tore-Bild 14 von 28, Urheberrecht GEPR 14. M-Kampel 1-8, Tore-Bild 15 von 28, Urheberrecht GEPR 15. Christoph Leitgeb 1-7, Tore-Bild 16 von 28, Urheberrecht GEPR 15. M-Kampel 1-7, Tore-Bild 17 von 28, Urheberrecht GEPR 15. E-C-H-A-N-H-W-R-N-G 1-7, Tore-Bild 18 von 28, Urheberrecht GEPR 18. Stefan Meierhofer 1-5, Tore-Bild 19 von 28, Urheberrecht GEPR 19. S-O-M-E-N-T-C-H-O-Y-I 1-4, Tore-Bild 20 von 28, Urheberrecht GEPR 20. Robin N-E-L-I-S-S-E 1-3, Tore-Bild 21 von 28, Urheberrecht GEPR 20. Duschan S-V-N-T-U 1-3, Tore-Bild 22 von 28, Urheberrecht GEPR 20. Andreas Ulmer 1-3, Tore-Bild 23 von 28, Urheberrecht GEPR 20. Fredrik G-U-L-B-R-A-N-D-S-E in 1-3, Tore-Bild 24 von 28, Urheberrecht GEPR 24. Karel P-I-T-A-K 1-2, Tore-Bild 25 von 28, Urheberrecht GEPR 25. Simon C-Z-I-O-M-M-E-R 1-1, Tore-Bild 26 von 28, Urheberrecht GEPR 25. J-O-H-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-E in 1-1, Tore-Bild 27 von 28, Urheberrecht GEPR 25. Valentino Lazzaro 1-1, Tore-Bild 28 von 28, Urheberrecht GEPR Textquelle, Urheberrecht Laola 1.at, Sturm Graz nach Lahnacker, Frechheit von jedem Einzelnen. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count-Kommentare Rechtliche Hinweise Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1-Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.